Herzlich Willkommen zu «Uli on Tour», einem grossen Schweizer ÖV-Gaudi. Wir spielen 48 Stunden lang Fangenisse durch die ganze Schweiz. Und Teams sind folgende. Micha ist mit Gianni. Jan ist mit Flavia. Und ich, Nick, bin mit Dorian. Übrigens, falls ihr uns nicht kennt, das ist eine Produktion von unserem Podcast «Limoncello». Also, wir sind in Lenzburg. Und da ist auch eine Flagge. Jedes Team versucht sich die Flagge zu schnappen und an ein Ziel zu bringen. Ziel sind Davos, Giasso und Montreu. Wer das geschafft hat, hat gewonnen. Das Team, das die folgende Challenge in Lenzburg als erstes besteht, darf mit den Flaggen abhauen. Die erste Challenge ist «Stadt, Land, Fluss». Micha zieht hier unseren Buchstaben. Einverstanden. Was nachher für «Stadt, Land, Fluss» gilt. Moment, gib mir 10 Sekunden. Jetzt machen sie es nicht so spannend. Und der glückliche Gewinner ist «A». «A». Gut. Lass uns gehen. Okay, wir laufen einfach mal. Und das sind die Kategorien. Ein Strassenname. Der Name einer ÖV-Haltestelle. Ein Gegenstand, der grösser als eine Hand ist. Eine Marke. Und etwas, das zum Verkauf steht. Ja. Ja, sicher mal ein Auto. Ja. Wir suchen ein Audi. Wir suchen ein Audi. Ja. Das wäre sogar noch eine Marke. Da hätten wir beides. Genau. Was machen wir zuerst? Ähm, grösser als Hand. Da, schau. Warte schnell, da. Abfalleimer. Ja, genau. Da? Das ist doch grösser als eine Hand. Nicht? Etwas mit «A» auch füllbar? Ja. Ja? Aber das ist mein Gegenstand. Ja, okay. Leider. Vielleicht kann man da etwas kaufen. Dann muss ich auch etwas kaufen. Guck mal da rein. Hast du einen Marke mit «A»? Ich habe keine Adidas, nein. Ich habe auch nicht. Ah, aber... Schau, «Apple». Ah, neulogisch. Warte, wirst du das «Apple» zeigen? «Apple». Sehr gut. Ja, wunderbar. Da haben wir ein Audi. Und als zweites, grösser als eine Hand, nehmen wir gleich ein Auto. Ja? Gerne. So, beides. Super. Ja, sicher gesagt. Unsere Chance scheint gut. Ja. Was haben wir da? «Alzweckreiniger» haben wir. Nummer 1. «Alzweckreiniger» Nummer 1. Das können wir abkürzen. Vielleicht denken wir gerade noch etwas im Gegenstand. Was grösser als eine Hand ist? Ja. Ich habe ein Apfelschorle. Uh. Er hat ja das Verkaufsschild. Aber er steht zum Verkauf, oder? Entschuldigung, wie teuer ist so ein Schorle? Für eine Gasse oder für einen Zufall zu trinken. Kann man mitnehmen? Ja, ja. 2 Franken, 7 Franken. Okay, wir schauen nochmal. Wir schauen nochmal. Merci. Wir sind auf der anderen Seite des Bahnhofs. Du bist grösser als deine Hand, oder? Denk mal deine Hand. Was? Ich möchte wirklich dich gehen, ob es grösser ist. Okay, tippt auf. Perfekt, gut. Also wir gehen jetzt zuerst im Migros, weil er gerade vor unserer Nase ist. Wir suchen nachher ein Produkt mit A. Aprikose. Aprikose? Zu irgendeiner Schuhe? Adilette. Ah, das sind keine Adilette. Das ist eine Nektarinenschosse. Aprikose. Ich... Ja, hast du gehört? Ich habe die Lösung. Aprikose. Geil, Mann. Wir haben jetzt eine Strasse gefunden. Und zwar die August... Jetzt muss ich nochmal schauen. Augustinkiller Strasse. Jetzt gehen wir nochmal ein. Und dort hat es eine Busstation. Genau, perfekt. Und das ist 5 Minuten weg von da. Let's go. Das ist 6. Das ist 6. Kann ich gleich rüber rein? Schon, oder? Ja. Gehst du schnell rüber rein? Ja. Gut. Hier müssen die Bushaltestelle sein. Hier? Bist du sicher? Ja. Google-Left sagt mir das so. So, es fehlt uns eigentlich nur noch der Strassennamen und die ÖV-Station. Was wir aber auch erwartet haben, denn das ist ja nicht alles um die Ecke. Ja. Jetzt laufen wir aber gerade zu einer Strasse. Aber das ist bei einer Schule. Irgendwas Angliker Strasse oder so. Die Nähe ist, glaube ich, auch eine ÖV-Station. Aber ich schaue nochmal nach. Jo. Es ist herrlich in diesem Landsburg, muss ich wirklich sagen. Ja, es ist... Bis jetzt. Ich habe einen guten Eindruck. Ein lauschiges... Ein lauschiges Plätzchen. Ich gehe so schnell wie möglich weg. Ja. Aber es ist ja komisch, dass sie da nicht ist. Geil. Vorbei sind wir auch nicht. Okay, ich schaue nochmal. Vielleicht gibt es noch eine andere. Okay, perfekt. Wir werden wieder zurück. Und die wären genau da, die anderen? Ja. Ich schweiz jetzt schon wie ein Bach. Also wir suchen gerade nach einer Marke. Wir gehen hier nur... Barilla... Tommy. Tommy ist... Eine Ware ist wahrscheinlich nicht ein Marke. Es ist leider kein Marke. Einen Donau. Aber du hast eh alles Nestle. Almdudler? Das ist eine Marke. Almdudler? Dann hat es das eigentlich nicht gegeben. Ja, wir müssen schauen, ob es bei den Getränken... bei den Getränken... Appenzeller ist auch eine Marke. Das ist auch ein Getränk? Ja, also Flauden und so ist von denen. Okay, geil. Geil, geil, geil. Wo haben wir Getränke? Und Bier. Kölfrisch. Kölfrisch? Ist auch von Appenzeller. Wir sind im Mikro, fuck. Sind wir im Mikro? Ah nein, sie müssen im Kopf. Was ist der Kopf? Das heisst, das Bier müsste ich auch haben. Da. Ah, da. Ähm... Alkoholfrei. Ja, danke. Appenzellerbier. Das ist es. Appenzeller ist eine Marke. Nice. Haben wir es drauf? Ja. Also diese Schule da hinten. Der Name ist... Irgendwann Sandlecker. Aber die Strasse. Ja genau. Die Strasse. Aber da hat es ja gar keine... Das ist eine... Mühle-Matteweg. Ah, scheiße. Weiter vorne. Der Weg da, wo wir jetzt gerade drauf sind. Aber... Der hat keinen Namen. Hä? Hat es noch irgendetwas da? Engelrheinplatz. Es ist jetzt die Frage, ob Ä und A das Gleiche ist. Aber... Ist das... Ah Gott! Ich glaube schon. Wieso? Weil... Ä ja nicht im Alphabet ist. Ist Ä nicht im Alphabet? Also... A ist im Alphabet. Ja. Aber Ä ist eine... Eine Sub-Kategorie von A. Eine Sub-Genre? Jawohl. Okay. Darum theoretisch... Bis jetzt hat einmal noch niemand gesehen, dass sie es schon fertig haben. Genau. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall mal zu den Bushaltesten. Gut. Also... Hier ist der Bahnhof. Ja. Wenn jetzt die Strasse gleich heisst, zählt das? Nein, darfst du nicht zweimal das Gleiche brauchen. Okay. Okay. Gut. Wir haben es. Also, wir sind jetzt da. Wir sind von hier oben gekommen. Die Strasse da. Ja. Ja, aber das ist eine alte Angelrein-Turnhalle. Aber das ist keine... Also, die Halterstelle kollimiere ich gerade. Das ist da durch. Hä? Wie heisst die Strasse? Angelreinstrasse. Ja, das ist aber eine Angelrein-Bushalterstelle. Wie kann denn? Die ist da vorne. Da sind wir tatsächlich falsch gerannt. Okay. Dann gehen wir wieder da hin. Wir sind offiziell auf der Angelreinstrasse. Ich sehe es. Wieso steht es denn nirgends? Aber es steht nirgends. Und vor allem, es geht irgendwie eine Strasse aus. Es ist einfach eine Schule. Ja. Wir haben jetzt Angelreinstrasse eingegeben. Uh! Seht ihr das? Ja, ist ja wurscht. Angelreinstrasse. Fünf Minuten. Da gehen wir jetzt ein. Let's go. Du machst Navi, ist gut. Ah, was? Okay, okay. Vielleicht kann ich live einen Autounfall filmen. Ja, das wäre krass. Heute machen wir einen ordentlichen Schritt. Nein, nein. Letztes bin ich noch zu viel gelaufen. Ich war viel am Hocken. Was hast du mir in der ersten Zeit so gemacht? Ich habe eigentlich nur gehockt. Was sagst du dazu? Ich bin begeistert! Da! Warte, nein! Doch! Da! Yes! Ja! Angelreinstrasse. Florian, geben Sie mal einen Pfeif. Also. Jetzt müssen wir nur eine Busstation finden. Das sagt nichts Gutes. Ist sie auf dieser Strasse da? Ich bin... Angelreinstrasse. Jetzt ist es ein Seher, nicht nach der Busstation. Das geht sehr... Ja. Vielleicht war das mal einige. So. Also. Gut. Gut. Sehr gut. Wunderbar. Auf diesem Fall schreiben wir jetzt im Gruppenchat, dass wir sie haben. Genau. Und dass wir auf. Schauen wir. Montreux. 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 Montreux mit Uelis zahlen. Das ist die Währung während unserem Spiel. 1 Minute mit Bus, Tram und Schiff kostet 1 Ueli. 1 Minute mit Regionalzeug, also S-Bahn, Turbo usw. Aber auch Bergbahnen kostet 2 Uelis. 1 Minute mit Schnellzeug, also ICE, Regio Express usw. kostet 5 Uelis. Uelis verdienen kann man, wenn man eine Challenge zieht. Es gibt einfache, mittlere und schwierige Challenges, die dementsprechend entlöhnt werden. Jan und Flavia haben die Flagge als Erstes geholt und kommen darum 60 Uelis Startkapital über. Der zweite Platz kommt noch 45 Uelis über und der dritte Platz 35 Uelis. Schauen wir doch gleich mal schnell, wie es bei den anderen Teams so läuft. Grüßt euch. Ja, das ist die Angela Rheinstrasse vorne. Wir haben alles. Wir gehen jetzt zu unserem Flaggenpunkt. Genau. Damit wir immerhin Zweiter werden. Jan hat die Flagge schon. Ja, ja. Und wir müssen Zweiter werden und nehmen dann zur Folge auf. 15 Minuten, jetzt müssen wir schnell machen. Die erste Gruppe hat es geschafft. Wer denkst du? Das ist sehr schlecht, weil uns fehlt noch eine ganze Kategorie, also eine ganze Bushalterstelle. Es war aber erwartbar, dass es Team Jan und Flavia ist, weil beide Zevianer, beide wollen unbedingt gewinnen. Die wollen richtig gewinnen. Wir wollen uns ein Game-Up-Stepper für das. Yes. Okay, wir sind Platz 2. Nach dem Jan. Jetzt können wir aussuchen, was wir wollen. Was willst du, Can? Was hat es noch? Wir müssen schnell besprechen. Ja. Ziel? Mund drück, Giasso oder Davos. Giasso wäre es. Willst du Giasso oder Davos? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir müssen schnell googeln, was wir hier... Ja. Augustin Kellerstrasse. Das ist unsere Station. Das heisst, haben wir jetzt alles? Ja. Super. Wir gehen jetzt zum Wohnhof. Sehr gerne. Ah nein, 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 das ist da hinten. Giasso, oder? Ja. Dann hat er gesagt, nehmen wir Cessin oder was? Ja. Ist gut. Einfach auch schon, weil wir Mafiosi sind. Wenn jetzt der Nick am Jan das wegschnappt und sie nach Galbwünde gehen... Das ist perfekt für uns. Das ist unser Plan, oder? Okay, wir nehmen Giasso. Ja. Haben wir jetzt... 51,56 Uhr wieder fahren. Wir steigen in diesen Zug ein. Fahrt 25 Minuten. Und ähm... Kostet uns 50 Euro, denn das ist der erste Plan. Unser Plan ist so. Wir wollen nicht beim ersten Mal, wo wir den Beschlag erobern, schon Richtung Giasso gehen. Sondern wir wollen dort zuerst mal untertauchen. Lauf mit mit der Kamera. Wir gehen... Wir gehen... Wir gehen... Unser Plan ist auf Zürich gehen. Dort ist das Street Parade. Dort können wir gut untertauchen und dann machen wir dort Challenges, Challenges, Challenges. Wir bereiten uns vor, für einen Vorstoss, wo wir richtig viele Uelis haben. Genau. So ein Vollgas Richtung Giasso gehen, wo die keine Chance mehr haben, uns auszufallen. Wir sind in diesem Fall dritten Platz, das hat sich ausgestellt. Ähm... Das heisst, wir müssen jetzt, oder Micha und Gianni auch, eine halbe Stunde warten. Erst dann dürfen wir Jan und Flavia nachreisen. Wir dürfen aber auch nicht den gleichen Zug nehmen wie Micha und Gianni. Jetzt hoffen wir einfach, dass sie den schlechten Zug nehmen. Jetzt geht es an die Recherche. Wo ist Jan? Er hat ja seinen Livestand geteilt. Und dann überlegen, wo geht er vermutlich durch? Wo können wir ihn abfangen? Vielleicht geht er auch auf Zürich, weil vielleicht hat sie krasse Zeuge. Oh, ich schaue, der ist schon da. Wo ist er? Aarau. Der ist in einem Zug drin. Der Aarau. Okay, dann geht das wirklich andere Richtung als Zürich. Vielleicht geht er auf Aarau untertauchen. Wenn Micha auch jemand zu sehen ist, dann können wir eigentlich den nächsten Zug nehmen. Moment. Wolltest du mir sagen, er ist jetzt schon in Aarau? Ja, das geht verdammt schnell. Wir sind in Lenzburg. Da bist du noch schnell einmal dahin. Das heisst, wir nehmen jetzt den nächsten Zug auf Aarau. Ja. Und das wäre? Ich weiss es auch nicht mehr. Das Geilste ist, der Nick will ja auch Richtung Chur. Er muss auch über Zürich. Das heisst, wenn er die Flaggen holt, dann macht er einen Teil von unserem Weg. Das ist auch perfekt. Das ist so geil. der Club der Toten Dichter findet ein Werbeplakat, welches ein Wortspiel beinhaltet. Ein Wortspiel. Dann hat es etwas die Preise getanzt am Festival, aber das ist noch nicht so... Ist das kein Wortspiel? Ich finde es schon. Es ist einfach eine Metaphore. Das ist eine Metaphore. So. Sie müssen also im aktuellen Fall in Olten bleiben. Und zwar bis entweder die Challenge gelöst ist oder sie die Challenge annuliert. Dann müssen sie aber 20 Minuten Strafhocken machen und können erst dann weiterreisen. Das ist Ihr IT-Meh-Liebe. Wir haben uns jetzt mal in Verpflegung geholt, weil das wollen wir ohne Energie. Das können wir ja am Boden liegen. In diesem Fall essen wir jetzt noch mal. Sehr gerne. Ich seh Sie. Witz nachher ist das Problem, dass es nicht wirklich etwas mit Tanzen zu tun hat oder mit dem Festival. Mit Helvetia bleiben Sie in Fahrt. Das fände ich jetzt ein Wortspiel. Wortspiel bestanden. Es sind 80 Uhr auf unserer Nacken. Wir ziehen den nächsten. Würde ich jetzt sagen, nicht? Nochmal mehr. Wir wollen am 36 auf dem Zug. Wir haben jetzt 90 Uhr. Das würde uns langen für den, den wir nehmen wollen. Aber lieber haben wir etwas mehr als heute. Spielen wir das Lied vom Tod. Ein Teammitglied muss anhand vom Text eines Liedes den Titel und den Künstler des Liedes herausfinden. Du musst den Künstler wissen und den Lied behalten. Beides? Ja. Es darf einfach nicht französisch sein. Nein, es ist nicht französisch. Nein. Zum Ziel ist, wegen dir mache ich die Augen nicht mehr zu ab im Kissen. Ja. Es ist ein Schalot da, oder? Ja. Und ich. Sehr gut! Also, wir ziehen nochmal eine. Ein blaues. Nehmen zwei. Forest Gump. Benützt eine GPS-Tracking-App, die euren Weg aufzeichnet. Durch euren Weg soll ein Bild entstehen. Aber es wird auch nicht auf den Zug wo wir jetzt haben wollen. Jetzt sitzen wir ein bisschen länger in den Ulterfristen als gedacht. Aber es geht schon. Na hallo! Der Feind! Oh, da haben wir noch Hunger gehabt. Was? Also, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir auf Aarau gehen. Genau. Also, Jan ist jetzt aktuell im Bahnhof Aarau. Ja. Was ist los? Also, wir dürfen ja nicht auf den gleichen Zug wie der Micha und der Gianni. Nur gerade, der Jan ist mittlerweile auf Olten und der Zug, wo der Gianni und der Micha rausgesucht haben. Der geht nicht auf Olten. Der geht nur auf Aarau. Dann sind wir nachher im Verlust. Können wir ihn zuerst nehmen? Wenn sie ihn nicht nehmen, ja. Wenn sie ihn nicht checken, dann können wir ihn rein. Jetzt haben wir einen Plan. Das wird mal eine interessante Geschichte. Nach dem Anfangsspiel in Lenzburg geht die Verfolgungsjagd jetzt so richtig los. Ob der Nick und der Micha, mich und die Flavia noch verwutschen, das sehen wir wieder nach. Erfolgen. Wenn euch Videos wie das gefallen, dann geht unbedingt bei JetLegger vorbei. Wir haben uns von diesen inspirieren lassen. Sie machen die ganze Zeit so Spiele auf der ganzen Welt.